Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach-Urdenkirchen Mitte. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 67 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 620 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Es stimmt nicht!